Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Folge von KOTOSWEIG GO! Und wir spielen heute typisch Deathmatch, weil manche sind zu... ja ist klar von dieser Entfernung. Sollte ich mich abschissen, ja ist klar. Ne, das ist wohl. Ja, klar. Mein Gott, letzte Runde hatte ich, war ich drittbester. In der Mannschaft wollte ich mich warm mit dem Spiel anbieten. Und ich komme... Ja, du bist. Nö. Ah ja, da sehe ich schon die Gegner wieder. Komm, direkt endlich. So soll sie sein. Tja, wo sind die Gegner? Ja. 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 Ja, 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 ja. Der pisser, der pisser. der war wirklich naja ich habe den schnallhätscher gegeben hast du mir meisten spieler sind hier drin einer war hier unten bitte ich gehe weg so mag ich wo sollt ihr ja schon gesehen schade das und das 2 dass diese nachladen da so übertrieben lange eine schon getötet worden okay das sagt wo ich mich sogar jetzt erst einmal momentan naja mit snapper lasse ich zu spielen alter kann so was passieren kann mir einschlägen das war falsche mit schluss habe ich noch nicht gespielt sind der fans heute mal sehen wir werden mich abschneiden alter nein nicht schon wieder sniper ha ha alter ne zick drauf ne trop Nein, wie immer die fucking knapp, das kann nicht sein, nur der dann immer den einen Schuss, meistens so. Gut, hä, wird nicht daaschen, ah der lag jetzt schneller, ei 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 Alter, denn dich trägst du um, bist du schon dort? Okay, der ist schon dort. So was hastig. Helllöle. Ich hab mehr Glück als Verstand. Alter, ich bin, ob ich mit den drei. Alter. Wie? Muss er sein? Alter, was? Ich, ob, lol, ich bin eher so da. Ja, okay. Da hab ich ihm Headshot gegeben. Alter, helferspär, Camper. Köhler Meister. Alter, nein. Ich hab die Akku geklaut. ja sitzt da war zwei leute noch ich bin doch sowas wo hinten von vorne nein nein knapp aber ich habe mir diese waffe zu spielen überhaupt mit waffen zu haben das ist schon glück zu haben es gibt es noch jemand wünscht sich ungebracht werden ich hasse ich hasse sie nein ich habe keine freundin weg oh wird überholt weiter was ich habe doch hat nicht gezielt nice so leute ich werde sagen hat euch spaß gemacht in diesem video und wir sehen uns nächstes mal ja